Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, eine Runde Minecraft 1 vs 1 auf dem Timolia Server. Ja, und da haben wir auch schon direkt den ersten Kampf gewonnen, das ist doch sehr schön. What the fuck Leute, äh ja, ich wollte mal wieder ein bisschen 1 vs 1 spielen, so lässt es jetzt auf jeden Fall auch gewinnen. Und ähm, ja egal Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Äh, ich hab vorhin schon wieder die eine oder andere Runde mal gespielt, um mich ganz klein ein bisschen einzuspielen im Minecraft PvP. Okay, und äh, what the fuck, als ob er mich hier direkt, lol, hallo, okay, alles klar, ja, so macht es auf jeden Fall auch Spaß soweit. Okay, mates, hallo, die Pfeile sind zweimal durch ihn durchgeflogen, what the fuck, nein, nee, 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 so hab ich keine Lust. Habt ihr das gesehen? What the fuck, was war das, bitteschön, jetzt mal real talk, habt ihr das gesehen? Die Pfeile sind einfach durch den durchgeflogen, what the fuck, okay, wie schön, dass der Pfeil einfach grad nicht geschossen hat. Ja, mate, fick dich doch einfach. Alter, der Server, Timolia ist halt richtig hart am laggen, alter, die Server, ne, die gehen richtig hart ab. So, mit den Pfeilen eben, war auf jeden Fall am Start. Und so, so, mate, könnte ich auch auf jeden Fall vergiften. Ich bin schon nicht mehr vergiftet und er chillt da, er trifft mich, na klar, trifft er mich. Ja, genau, als ob er mich jetzt auch trifft. Alter, Leute, dieses Spiel macht mich halt echt aggressiv, aber gut, den werde ich mir auf jeden Fall holen. Hab ich kein, ihr kriegt schon kein, keine Vergiftung mehr, ne? Doch, er kriegt immer noch Vergiftung, what the fuck. Lol, er ist einfach durch die Lava gestorben, er hatte ein halbes Herz, also durch seine Vergiftung. Alles klar, äh, das war auch recht easy, der Kampf. Aber gut, äh, was ich auch noch sagen wollte, ich hab mich ja vorhin ein bisschen eingespielt. Und in diesen Einspielrunden, es waren nur Abfucker unterwegs. Aber wirklich only Abfucker. Es waren halt Suppenkits, hab ich gefühlt 12.000 bekommen. Es macht auf jeden Fall ultra Spaß, mit Suppenkits zu spielen, ne? Ihr wisst Bescheid. Also ich mein, vielleicht sind bei euch, von euch da draußen so ein paar dabei. Aber es gibt nichts Schlimmeres als Suppenkits, find ich, ganz ehrlich. Jetzt mal. Okay, die Lava bleibt einfach vor ihm stehen. So, machen wir's halt so. So in die Lava rein, killen wir dich so. Kann man auch machen. Aber ganz ehrlich mal, Suppenkits, was bringen mir Suppenkits? Ich spiel PvP, weil ich PvP spielen will und nicht, weil ich lernen will, Suppen zu essen. Digga, nein, aber Suppenkits fucken halt, find ich, richtig hart ab. Und es war auf jeden Fall auch einer dabei, der hat sich einfach nur nach hoch gebaut. Nach hoch, dünner Wut Ali, ne? War einfach ein Kit mit einer Spitzhacke und ganz vielen Blöcken. Der hat sich einfach nur nach oben gebaut. Ich mein, klar, es war auch ein Bogen dabei. Und ich hab ihn am Ende auch gekillt, obwohl er sich nur behindert hochgebaut hatte. Aber, lol, der wollte mich direkt mit meinem Trank abwerfen. Hat er nicht geschafft. Wir haben uns beide mehr oder weniger gut getroffen, ne? Mate, hallo. Ich schaff's nicht, ich komm nicht an ihn ran. Fuck mich nicht ab. Die Lava schaff ich auch nicht zu placen. Okay, da ist es vorbei. Warte, ich hol mir erstmal meine Lava wieder, weil ohne die kann ich, glaub ich, nichts. No joke, aber... Manchmal im Hitten klappt es ganz gut, manchmal nicht. So, noch mal ein Hit und jetzt ist er eh wieder voll. Okay, wie schön, dass der Pfeil einfach grad nicht abgeschossen wurde. Alles klar. Ist auf jeden Fall auch am Start. Noch ein Hit. Noch ein... Was? Er war so low? Was? Lol, okay, crazy shit. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also meine Einschätzung ist auf jeden Fall ganz schön verschoben, seitdem ich nicht mehr so viel Minecraft gespielt hab. Ich hatte nicht gedacht, dass er so low wär. Aber okay. Kann man auf jeden Fall machen. So, wenn jetzt nur noch jemand zur Warteschlange kommen würde. Perfekt. Wenn man vom Teufel spricht. Dann wäre das schön, wollte ich sagen. Und es klappt jetzt auch einigermaßen. Hey, 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 hey. Was geht, mein Freund? Der Fall ist einfach knapp vor ihm auf. Alter, sein Movement, das macht einen aggressiv. Guckt euch das an. Wie er rennt. Holy shit. Das macht mich aggressiv. Crazy shit. Ja, läuft bei dir auf jeden Fall. So, mate. Ah, fuck. Zwei dumme Eingedanke, ne? Und so. Hallo. Ach, meine Fresse. Jetzt hab ich weg. Meine Chance. Er ist einfach in der Lava geblieben. Also Leute, ich hätte nicht gedacht, dass ihr es mir heute so einfach macht. Jetzt hab ich schon so lange kein Minecraft PvP mehr gespielt. Weil wir Only Overwatch die letzte Zeit spielen. CS auch schon gar nicht mehr. Jetzt macht ihr es mir so einfach. Weißt du, wie oft hab ich jetzt schon Leute durch Lava gekillt? Der eine, vorhin, hat ein halbes Herz. Ist in meine Lava gerannt. Der einfach in der Lava stehen geblieben. Vorhin. Ne. Ne, Leute, mit euch will ich nicht spielen. Spielt ihr doch gerne gegeneinander, aber mit euch möchte ich nicht spielen. Ähm. Wisst ihr, der eine ist in meine Lava gerannt. Ne, ich will nicht mit deinem Kit spielen. Egal, Leute. Ich spiele nur mit seinem Kit. Eine Schaufel mit... What the fuck? Es ist doch sinnvoller, mit der Schaufel zu kämpfen, oder? Nicht blöd? Wahrscheinlich ist der Bogen auch so... Au, er gönnt sich direkt irgendwelche Tränke. What the fuck? Was... Gibt es das alles in Minecraft? Wusste ich ja gar nicht. Lol. Crazy shit. Und da bin ich down. Er hat mit wie viel... 138 Herzen gewonnen. Alles klar. Wisst ihr, das habe ich gemeint mit Abfuckerherzen. Äh, mit Abfucker-Kits. Was laber ich? Mit Abfuckerherzen. Wahrscheinlich Abfuckerherzen, ey. Holy shit. Läuft auf jeden Fall hart bei dem, ey. Ich meine, gut. Das weiß man halt alles nicht. Ach man, meine Fresse. Wenn ich PvP spielen will, dann will ich PvP spielen und nicht abgefuckt werden. Mates. Komm, werf deinen Trank. Ja, super getroffen. Wahrscheinlich so eine halbe Sekunde. Ja, genau. Schon vorbei. Und da ist es schon vorbei. Komm her, mate. Er läuft nicht mehr in die Lava. Er läuft nicht mehr in meine Lava. Schade, schade. So. Kann man... Ich wollte ihn jetzt eigentlich hier so rum, dann in die Lava. Aber okay. Wenn er jetzt schon down ist, habe ich da auch nichts dagegen. Ich würde mal sagen, einen Kampf machen wir noch. Und es ist wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit derselbe, oder? Ich habe nicht drauf geachtet, aber... Früher war es auch so, dass andauernd derselbe einfach kam. Mate, da hat er mir direkt gedrückt, Alter. Hat er mir direkt gedrückt, ne? Habe ich natürlich nicht Bock auf so ein Shit. Lol. Crazy Shit. Er gibt mir direkt. Er gibt mir direkt. Und er hat auch schon keinen... Oh, fuck. Er hat mich gut vergiftet. Aber er muss sich heilen. Fuck, noch zwölf Sekunden. Mate. Nicht geil. Okay, da ist er. Shit. Er hat mir verdammt, verdammt, verdammt gut gegeben, ey. Mit dem... Mit dem... Äh... Trank. Was schwalle ich denn die ganze Zeit? Ist er da noch? Er hampelt da noch rum. Ja, okay. Er ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder komplett voll. Äh, ich muss in meinen Kit mal einen etwas stärkeren Heiltrank reinhauen. Der ist ein bisschen low. Digga, ich habe Angst, dass er jetzt gleich einfach so um die Ecke kommt oder so. Weil ich ihn nicht sehe, aber er ist immer noch da hinten. Er hat kurz entsneakt. Jetzt ist er... Und ich... Muss rennen, rennen, rennen. Was? Ich wollte meine Lava setzen. Ich habe Rechtsklick mit dem Schwert gemacht. Lol. Heute checke ich gar nichts, Alter. Äh, warum sind es zwei Leute? Da war noch eben... Einer ist jetzt weg, aber lol, da waren doch eben zwei Leute. Okay, die Lava setzt sich nicht. Schöne Sache auf jeden Fall. Bleib in der Lava stehen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, mate. Das kann ich dir sagen. Dann gewinnt man auf jeden Fall. Haben wir ja heute auf jeden Fall noch gar nicht gemerkt oder so. Props an euch auf jeden Fall, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Video so endet. Ich hätte echt gedacht, dass ich mal mindestens so 70% der Kämpfe verliere. Aber, okay, Leute. Hätte ich nicht gedacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Social Media Links unten in der Videobeschreibung. Checkt ihr auf jeden Fall aus. Würde mich freuen. Folgt mir auf Twitter. Da könnt ihr uns ein paar Fragen stellen für Hashtag AskChannelP. Habe ich mal wieder Bock zu drehen. Also folgt da auf jeden Fall rein auf Twitter. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein.